Ja, fangen wir einfach mal an. Hallo Björn, guten Tag. Guten Tag, wir kennen uns ein paar Jahre, wir bleiben einem vertraulichen Du, ist also kein Problem. Und ja, hier sind wir in deiner Heimatgemeinde in Rengershausen, hier hinter dem Haus des Gastes, im Hintergrund das Modell der Kirche. Und was man jetzt nicht sieht, ist die originale Kirche natürlich ein paar Meter weiter am Berg. Rengershausen, direkt an der Grenze, ne? Das ist so. Hier ist die Grenze zum Nordrhein-Westfalen und ein paar Meter weiter die Grenze nach Waldeck. Ja, die, also historisch auch eine bedeutende Gemeinde, weil hier war die Grenze dann zwischen zwei katholischen Bistümern, also Köln und Kurmainz und dann auf der anderen Seite das protestantische Waldeck. Das ist so, das ist, es war so, das hat die Geschichte von Rengershausen auch sehr geprägt. Gerade Richtung Köln, da merkt man auch die Sprachgrenze. Also wenn wir hier nur zwei Kilometer weiter nach Braunshausen gehen, die sprechen schon ganz anders wie hier. Ja, ja. Und die Nune, ja, ist ein Zufluss der Eder, relativ naturnah, wenn man das so zwischen Hallenberg und Rengershausen mal betrachtet oder auch dann weiter runter Richtung Eder, doch ein sehr naturnaher Fluss. Das ist so, ja. Also die Nune als Grenzfluss ist ja schön, da erzähle ich immer, wenn ich hier vor Ort bin, wenn Hochwasser hat, ist Hessen ein bisschen größer. Und wenn es dann wieder niedrig geht, dann wird Hessen wieder kleiner. Ja, wir sitzen hier zusammen, weil du dich um das Bürgermeisteramt der Stadt Frankenberg, Rengershausen ist ein Stadtteil von Frankenberg, beworben hast, hat früher auch einige Irritationen gegeben, weil hier eine andere Vorwahl war und eine andere Postleitzahl, glaube ich. Nee, nur die Vorwahl ist anders. Nur die Vorwahl. Die Vorwahl war dann drüben Nordrhein-Westfälisch, ne? 02084, ja. Aber wir brauchen heute noch Telefonbücher. Ja, war kein spontaner Entschluss, hast du mal gesagt, bei der Pressekonferenz. Der ist so ein bisschen gereift. Trotzdem musstest du um deine Kandidatur ein bisschen kämpfen, ne? Ja, also der Gedanke greift schon länger in mir. Ja, und es gab dann jetzt schon einige Hürden, die ich überspringen musste, was aber normaler politischer Prozess ist. Also wir hatten... Das ist ja nun kein Geheimnis. Du bist CDU-Mitglied, tritt zwar unabhängig an, wirst von der CDU, von den Freien Wählern und der FDP unterstützt, aber nichtsdestotrotz, erst galt es mal die eigenen Leute zu überzeugen, ne? Dass Björn Jäger der richtige Kandidat ist. Ja, das ist so. Das ist aber normaler demokratischer Prozess. Wir haben darüber gesprochen, erst im Vorstand, dann mit der Fraktion. Und hinterher gab es ja dann einen parteiinternen Beschluss, der einstimmig war bei einer geheimen Wahl, wo ich zu 100 Prozent unterstützt werde von der CDU. Du kommst aus der Wirtschaft, bist dann in den öffentlichen Dienst gewechselt, sprich, du bist bei der Stadt Hatzfeld für die Finanzen zuständig. Und politisch engagierst du dich natürlich darüber hinaus noch einmal als Ortsvorsteher hier in Rengershausen und als Stadtverordnetenvorsteher der Stadt Frankenberg. Bleibt da noch Zeit für Hobbys? Ja, ein bisschen Hobbys habe ich auch noch. Ich bin ja unter anderem im Trainerstart der SG Eder der D-Jugend, weil mein Junge da spielt. Den unterstütze ich natürlich da schon gerne, also zweimal die Woche Termine plus Spiele, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich unterstütze ich hier die Vereine vor Ort, das heißt, wenn hier im Schwimmbad mal ein Dienst zu machen ist. Dies Jahr habe ich ausgesetzt, aufgrund des Wahlkampfs, aber sonst, meist sonntags nehme ich dann gerne so einen Dienst mal wahr. Man macht einen Kassendienst, das ist ja ein ehrenamtlicher, betriebenes Schwimmbad. Ja, wenn einer Kämmerer einer kleinen Stadt ist, kennt er sich mit der Kasse natürlich aus, oder? Ja, also Kassenprüfer bin ich auch bei einigen Vereinen. Ja, das sage ich immer, Leute, wenn Vorstandswahlen sind, meldet euch als Kassenprüfer, dann könnt ihr nicht im Vorstand gewählt werden, aber das verstehen die meisten nicht. Ja, das mache ich gerne, Kassenprüfer und Wahlleiter. Wir haben ja in einigen Gesprächen auch schon einigen Terminen drüber gesprochen. Und ich habe gerade so naturnah gesagt, in Rengershausen liegt eigentlich quasi hohe Berge, tiefes Tal, relativ ruhig. Ist Natur wichtig für dich, auch in der Stadt Frankenberg? Da hat sich ja etliches getan mit der Begrünung der Stadt, mit Verkehrsänderungen. Also Natur ist ein wichtiges Thema. Für mich, klar, ich bin in Hartzfeld auch für den Wald zuständig. Und in der Stadt selber ist ein Baum die beste Klimanlage, die es überhaupt gibt. Also deswegen ist auch ein Punkt von mir zu sagen, Industriegebiet, muss man auch mal gucken, dass wir das gerade Siegener Straße auch grüner machen, um auch da ein bisschen die Temperatur runterzukriegen und auch die Fußgängerzone, da stehen zwar Bäume und die sind die Blumen, aber auch da muss man gucken, dass wir ein bisschen mehr Grün reinkriegen, was halt, nur das ist mir halt auch wichtig, als Finanzer nicht kostenintensiv bei der Pflege ist. Das heißt, da muss man schon ein cleveres Konzept haben, dass man da nicht so pflegeintensive Investitionen macht. Das ist natürlich Industriegebiet, stehen viele Lkw da, sind große namhafte Firmen in Frankenberg, die stehen manchmal den ganzen Tag in der prallen Sonne, bis sie entladen werden. Da ist natürlich so ein schattiges Plätzchen, auch ein Pfund, mit dem man ein bisschen buchern kann. Genau so ist es. Das sind schon 1-2 Grad, die dann runtergehen und das macht das sowohl angenehmer für die Arbeitnehmer. Also auch der Arbeitsplatz wird wieder ein bisschen attraktiver, als auch für die Lkw und was da alle ankommt. Und das kühlt dann runter, ja. Jetzt hat sich Frankenberg in den letzten 30 Jahren also gewaltig verändert. Und zwar eigentlich, wer das von früher kennt, war es wirklich dieses kleine Ackerbauer-Städtchen, das war von vorne hässlich, von hinten hässlich. Inzwischen ist das wirklich ein schmuckes Städtchen geworden. Das ist natürlich zum einen der Politik zu verdanken, zum anderen aber auch Menschen, die das mitgetragen haben. Nicht alle, kommen wir nachher nochmal zu, aber auch Menschen, die das mitgetragen haben. War das, wenn ich sage, der jetzige Anhaber, aber auch dessen Vorgänger, haben immer versucht, die Menschen mitzunehmen. War das ein wichtiger Punkt? Das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist auch einer der wichtigsten Punkte, die ich im Wahlprogramm habe. Dass ich sowohl die Gremien alle mitnehmen möchte, noch mehr mitnehmen möchte, als auch die Ortsbeiräte und auch die Ortsteile mitnehmen bei Entscheidungen, so dass man da eine breite Zustimmung hat und aber auch das Know-how, der 18.000 Einwohner der Stadt nutzt. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, die Ortsteile ist immer ganz wichtig und jeder Kandidat, Kandidatin sagt, ja, die Ortsteile sind wichtig, aber das meiste Geld geht letztendlich nach Frankenberg. Das ist im Moment so. Im Moment haben wir die Förderprojekte in Frankenberg, wir hatten aber auch schon Förderprojekte vorher in anderen Ortsteilen. Also ich kann mich noch entsinnen, ich mache es ja nun 17 Jahre, wo Rottenau Hauptnutznießer war mit der Dorfentwicklungsprogramm, was halt wichtig war und der Umgehungsstraße. Im Moment ist es die Kernstadt und die Kernstadt ist auch wichtig. Das ist das Aushängeschild und das muss auch weitergeführt werden. Aber die Ortsteile dürfen halt nicht hinten runterfallen. Ein Mitbewerber hat zurückgezogen, das kann man ruhig sagen, der durchaus Potenzial hatte. Das ist der Carsten Dittmer und der Carsten Dittmer gilt ja auch so ein bisschen als Architekt des jetzigen Frankenberg des Umbaus. Wird man diese Ansätze da, wo es richtig und wichtig ist, auch weiterverfolgen? Ja, auf jeden Fall. Also ich schätze den Carsten Dittmer sehr. Der hat Gutes und viel für Frankenberg gemacht und macht der auch noch. Und da sind sehr gute Konzepte entstanden und die werden auch fortgesetzt. Er hat da auch viel, das muss man auch ehrlich sagen, viel an Geldern gespart durch die Förderprojekte, die er auch mitgearbeitet hat. Also das wird fortgeführt, wenn ich Bürgermeister werden sollte. Im Moment ist Frankenberg natürlich eine riesen Baustelle, gerade Landratsamtgarten. Das ist das Konzept, das damals auch zur Landesgartenschau erstellt worden ist. Öffnung zur Eder hin, Renaturierung oder Öffnung der Nämpfe. Das wird mal so ein zweites kleines Schmuckstückchen neben dem Ederpark, also Ederuferpark und der Wehrweide drüben. Das ist ein Zusammenspiel. Das ist dann hinterher ein großes Schmuckstückchen, ja, aber ein wichtiges Schmuckstückchen. Also die Ederöffnung sieht man ja, egal wann man da jetzt vorbeifahren ist, sind immer Leute da. Und das wird sich dann hochziehen bis zum Kloster. Ja, da sind wir wieder bei der Wirtschaft. Was da natürlich so ein bisschen fehlt ist, gerade in Schönwetterperioden, gut, jetzt hat man ein paar Wochen, ein paar Tage kaltes Wetter und Regen, soll ab nächster Woche wieder schöner werden. Aber da fehlt es dann an der Tasse Kaffee, an den belegten Brötchen, an solche Dingen, wo die Leute dann eben auch nicht jedes Mal über die Straße müssen und bis in die Fußgängerzone zu einer Bäckerei oder so, um sich mit zu verpflegen. Also das sehe ich auch so. Und ich bin da auch sehr optimistisch, dass wir da noch jemanden hinkriegen, der auch dort eine Gastronomie macht. Aber ich halte es auch in der Fußgängerzone noch für wichtig, dass wir dort mehr Gastronomie reinkriegen. Gut, Fußgängerzone ist auch wieder so ein Thema für sich. Es war natürlich in den 70er Jahren schick, überall eine Fußgängerzone zu bauen, so wie es schick war, in den 60er Jahren in jedem Dorf ein Dorfgemeinschaftshaus zu bauen. Heute sind das, zumindest die Dorfgemeinschaftshäuser, oft Klötze an beiden der Kommunen, weil sie einfach teuer sind und nicht mehr diese Auslastung haben, die sie vielleicht in den 60er, 70er Jahren hatten. Und was die Fußgängerzonen betrifft, gerade in den Kleinstädten und Mittelzentren, oft zu kleine Ladenlokale heute. Ja, aber es funktioniert ja, wenn man es sich mal in Marburg anguckt zum Beispiel. Es gibt Kommunen, da funktioniert das. Da muss das Umfeld halt auch stimmen. Wir haben die Baumaßnahmen jetzt gemacht in der Fußgängerzone, das läuft. Jetzt muss man die nächsten Schritte machen. Deswegen ist es total wichtig, dass die THM da hinkommt, damit wieder junge Leute auch in die Fußgängerzone kommen. Und dass man dann die nächsten Schritte macht, dass man auch die, die noch leer stehen, dass diese dann auch belegt werden. Aber hier sind natürlich dann auch die Kaufleute gefragt, mehr zu machen als zweimal im Jahr ein schönes Fest. Ja, das ist eine Kombination aus Kaufleuten. Es ist auch mit einigen Vermietern, muss man sprechen, die nicht aus Frankenberg kommen. Wo man sagt, okay, ihr kriegt in Frankenberg auch nicht die Mieten, wie man sie in München oder Düsseldorf kriegt. Das ist ein Thema, da muss man dran arbeiten. Und halt auch gucken, also das ist die Idee, die von den Kaufleuten jetzt kam bei mir, dass man auch mal Vereine einbindet, die dann auch Veranstaltungen der Fußgängerzone machen. Und somit auch Leute einbinden. Ähnlich wie es im Moment beim Live-Treff ist, dass die ja durch die Sportvereine bewirtet werden, die auch wieder Leute selber mitbringen. Und diese Veranstaltungen auch leben und so, gibt es Ideen von den Kaufleuten, die ich natürlich auch gerne unterstütze. Jetzt war, natürlich hat man ein Problem, war Corona. Da lag das kulturelle, das Vereinsleben, das Veranstaltungsleben so ein bisschen im Hagen. Das läuft jetzt alles wieder an, auch in Frankenberg. Wir hatten das Traditionsfest in Frankenberg, ist natürlich der Pfingstmarkt, der in diesem Jahr ohne irgendwelche Einschränkungen lief. Live-Treff hast du angesprochen, Klima-Dinner läuft demnächst und noch viele andere. So eine Kommune lebt ja nun auch von solchen, ich sag mal, kulturellen Veranstaltungen, die das soziale Leben ein bisschen fördern. Das ist wichtig und da brauchen wir, glaube ich, noch mehr in Frankenberg. Wir haben mit den zwölf tollen Stadtteilen auch in den einzelnen Veranstaltungen, das muss man ja auch noch sehen, neben den Großveranstaltungen in der Kernstadt. Aber auch das hört dazu, wenn man Frankenberg lebenswert haben möchte, was ein Ziel von mir ist. Und wenn es lebenswert ist, dann kommen wir in einen automatischen Loop. Wir behalten Arbeitskräfte, wir können hier weiter Unternehmen haben, wir haben Gewerbesteuer, können es interessanter machen, Frankenberg zu gestalten. Und da hört Kultur zu. Ich war jetzt erst in der Musikschule, war beeindruckt, was die alleine für Leistungen machen. Und weiß natürlich auch über die Feste, die wir haben, das Lichterfest, das war super besucht. Das sind schon wichtige Veranstaltungen. Ich entschuldige mich, weil ich war auf dem Teich- und Lichterfest in Gemünden. Ich kann ja nun nicht überall gleichzeitig sein. Das ist ein bisschen schwierig bei mir. Und deswegen, ja, ich gucke jetzt mal so auf meinen Spickzettel, hätte ich bald gesagt. Früher hat man das so gesagt. Zusammenarbeit mit Grimverein hast du schon angesprochen, das Know-how in den einzelnen Stadtteilen. Die Stadtteile haben natürlich Potenzial, aber wenn ich an Dörnertshausen denke, die zu ihrer Jubiläumsfeier das Dorf ein wahnsinnsfest auf die Beine gestellt haben und denke dann an ein Dorf im oberen Edertal, das alle zwei Jahre Feldtage macht, die einen wahnsinnigen Zulauf haben, warum ist man hier noch nicht auf die Idee gekommen? Na gut, sehe ich ein bisschen anders. Also wir haben, wenn wir jetzt hier über Rengershausen sprechen, ein Schützenfest, was mit Mitbewerber des Pfingstmarktes ist, weil es auch über Pfingsten ist, was sehr stark besucht wird. Ich war jetzt in Geismar bei einer Weinwanderung, wo über 300 Leute mitgewandert sind und danach war der Platz voll. Also es gibt schon viele Veranstaltungen in den Ortsteilen, die auch gut angenommen werden und die müssen halt auch immer wieder neu erfunden werden. Also da geht auch nicht immer, wir machen so, wie wir es jetzt immer gemacht haben. Im Wahlkampf kommt jetzt der Finanzminister Bottenberg in jeder Berglandhalle, der macht da nochmal eine Veranstaltung, da lädt die Claudia Ravensburg und ich zu ein über Vereinsförderung, dass man da auch mal weiß, okay, wie kriege ich neue Mitglieder gebunden und gefangen und dann kann man da auch wieder Veranstaltungen machen. Es muss aber, und da bin ich, das ist aber auch immer so, es muss auch Veränderungen geben. Es gibt Feste, die laufen aus und es gibt Feste, die kommen neu hinzu. Wenn wir gerade Förderung sprechen, wir waren ja auf gemeinsamen Termin, da gab es schickes neues Auto für die Feuerwehr Frankenberg. Im Moment wird immer noch am Stützpunkt gewerkelt. Der hat sich so ein bisschen, glaube ich, auch durch Corona, Ukraine, Krieg und so und Lieferschwierigkeiten ein bisschen verzögert. Aber es wird daran gewerkelt. Dazu kommt auch da rein, dass der Katastrophenschutz des Landes Hessen dort installiert wird, beziehungsweise stationiert wird. Aber das ist noch nicht so ganz geklärt, wer bezahlt diesen Teil, ne? Doch, das ist klar. Das ist geklärt? Das zahlt der Landkreis, da gibt es Vereinbarungen zu. Okay. Ja, es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, aber eigentlich ist das eine klare Sache, ne? Das ist eine klare Sache und auch da muss die interkommunale Familie zusammenarbeiten. Und das ist auch ein Ziel für mich, dass ich mit dem Landkreis, falls ich Bürgermeister werden soll, weiter und noch enger zusammenarbeite. Und auch da gibt es Lösungen. Da muss man Lösungsorientier arbeiten, weil das ist eine wichtige Sache, auch der Katastrophenschutz. Ein großes Thema in Frankenberg war das Philipp-Soldan-Forum. Es war so, da wurde jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben, aus irgendwelchen Gründen. Der jetzige Bürgermeister mit Schmähungen und Anzeigen überzogen und was weiß ich nicht alles. Also letztendlich ist es eine gelungene Halle, sag ich mal so von außen her. Ich glaube, es fehlt immer noch der Tür öfter für die Behindertenzugänge. Der ist damals vergessen worden, die Tür geht schwer auf. War es eine richtige Entscheidung? Denn die Entscheidung hat ja nicht der jetzige Amtsinhaber getroffen, wir machen das so, sondern die Entscheidung hat ja die Stadtverordnetenversammlung getroffen. Also Frankenberg als größte Stadt im Südkreis braucht so eine Halle, eine Halle oder Gebäude oder Forum. Ich war ja auch bei der Namensgebung mit eingebunden oder durfte die begleiten und habe von den Fachleuten erklärt gekriegt, was das Wort Forum bedeutet und dass das keine Halle mehr ist. Und sowas braucht die Stadt Frankenberg schon und das ist eine gute Halle geworden. Wenn man so eine vergleichbare Halle auf der grünen Hese gebaut hätte, wären wir im selben Ausgabevolumen gewesen, wie sie jetzt ist. Dass das unterschiedliche Wege waren, wie wir da hingekommen sind, dass die Baumaßnahmen Stolpersteine hatten, das ist nun mal so. Und da kam auch schon der Ukraine-Krieg dazu, die Inflationswerte dazu und die Probleme, die man halt auch hatte mit Corona. Das muss man halt auch alles bedenken. Und wenn man selber baut, weiß man halt auch, wie schwer es jetzt manchmal ist, an Baustoffe zu kommen. Ja, die meisten Bauern können ihr Budget nicht einhalten, wenn sie privat bauen. Aber wir sprechen immer über den Ukraine-Krieg. Flüchtlinge ist natürlich für jede Kommune, nicht nur in Hessen, ein großes Problem. Da gibt es dann Resolutionen von bestimmten Parteien, die sagen, wir wollen eine Resolution machen, wir wollen keine Flüchtlinge mehr aufnehmen. Das ist natürlich ein bisschen realitätsfern, denn das Verfahren ist ganz einfach. RP, Gießen, sagt dem Landkreis Waldeck-Frankenberg am Montag, Mittwoch, kriegst du 25 Leute. Hier, mein lieber Landkreis, sieh zu, wie du sie unterbringst. Und der Landkreis fängt dann hektisch an, die Kommunen anzuschreiben und Einteilungen zu machen. Und letztendlich kann die Kommune gar nichts dagegen machen, die muss sie nehmen. Der Trend geht ja dahin, dass man, wie in Korbach, so ein Containerdorf in die Mittelzentren baut. Warum? Weil da genug drumherum ist, dass man zu Fuß erreichen kann. Siehst du das auch so? Also ich sag mal, 500 oder 30 Flüchtlinge hier in Rengershausen sind natürlich hier abgeschnitten von der Welt. Also ein gutes Beispiel, direkt nach dem Ukraine-Krieg habe ich auch welche aufgenommen. Die Sprachen nur Russisch oder Ukrainisch und sogar besser Russisch wie Ukrainisch. Da hilft auch kein Anrufsammel-Taxi, weil das geht auch nur per Sprache und da gibt es keine App-Führung, was sie in ausländischer Sprache nutzen kann. Sodass hier nur zweimal am Tag der Bus fuhr nach Frankenberg, um einzukaufen. Wir haben immer noch zwei Familien hier im Ort. Die Kinder sind sehr offen, die spielen jetzt im Moment sogar mit meinen Kindern. Und dann gerade auf dem Bolzplatz, hier Fußball. Ich halte die Hilfe schon für wichtig. Wir kennen das aus unserer geschichtlichen Erfahrung, dass die Hilfe wichtig ist. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat Frankenberg viele aufgenommen, die aus dem Osten vertrieben worden sind. Ob Ostpreußen, Schlesien oder Pommern. Das ist schon eine wichtige Sache. Aber es ist schon hilfreich, wenn die in der Kernstadt sind und zu den Läden gehen können, freie WLAN nutzen können, zu den Ämtern gehen können. Wichtig ist halt nur, dass sie gut betreut werden und dass sie integriert werden. Jetzt muss man sicherlich unterscheiden zwischen den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die eventuell mal wieder zurückgehen, weil der Krieg zu Ende ist. Wer weiß, wie lange dauert. Dasselbe kann natürlich mit den syrischen Flüchtlingen passieren, falls sich da mal die politische Situation ändert. Und dann bleiben noch eben Flüchtlinge übrig, die aus vielen anderen Gründen nach Deutschland kommen. Aber für die Kommunen ist es auf jeden Fall ein schwerer Brocken, der zu schultern ist. Zumal ja der Sozialbereich, sprich es werden ja auch die Unterkunftskosten und Nebenkosten für Transferleistung beziehende, sprich Bürgergeldempfänger übernommen, die sind ja nicht wenig. Das schnürt eine Gemeinde doch, eine Kommune, auch eine Stadt, finanziell doch um einiges ein, oder? Das ist so. Das sind Gelder, die sind, die binden. Es gibt natürlich einiges, was man weiter an den Landkreis geben kann und dann wieder ans Land. Aber es sind unterm Strich Steuergelder. Deswegen braucht aber eine Gemeinde, gerade wie Frankenberg, die so flächenmäßig groß ist, auch die Unterstützung von Vereinen. Ich habe ja eben schon mal erwähnt, ich bin ja bei dem SGE da tätig. Da ist fast ein Drittel Kinder, die nicht aus Deutschland kommen. Das heißt, da wird eine riesen Integrationsarbeit gemacht. Und gestern war ich mit der NABU unterwegs. Auch da wird riesen Integrationsarbeit gemacht. Und das fängt bei den Kindern an. Und da bin ich der Meinung, das ist genau der richtige Weg. Aber wir brauchen halt die Vereine, dass man da die Menschen abfängt, wo sie auch ihren Spaß dran haben. Und nicht mit Pflichtveranstaltungen in irgendwelche Sachen reingehen und das überzwingt. Und wenn die dann eingebunden sind, dann läuft das auch. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir gucken uns die Italiener aus den 50er und 60er Jahren an oder die türkischen Mitbewohner, die sind hier angekommen. Ja, die sind zum Teil Bundestagsabgeordnete, die Enkelgeneration. Das liegt aber auch daran, meine Meinung, dass sehr viele der türkischen Erst, der Gastarbeiter, wie sie damals hießen, aber auch der Italiener aus Spanien und Jugoslawen, sehr schnell erkannt haben, und was man für Chancen hat, wenn man seine Kinder zur Schule schickt und Sprache lernen lässt. Und da fehlt es bei manchen Immigranten noch so ein bisschen an dieser Erkenntnis, denke ich mal. Ja. Ja, wir hatten angesprochen, es gibt, Rengershausen hat ein Schwimmbad, Frankenberg hat sogar zwei, ein Hallenbad und ein Freibad. Und das war es eigentlich schon mit den Schwimmbädern. Das Hallenbad ist auch so ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? Ja, ich bin ja im Stadtwerkeraufsichtsrat, also oben rum ist es, also im Schwimmbereich sichtbar, ist ja saniert worden, der ist ja in einem guten Zustand, aber wenn man von unten mal geht, also gerade wenn man im Freibadsbereich ist und dann unten unter der Kabine mal nach oben guckt, also der Beton ist die nächste große Investition, die ansteht, wo aber schon Überlegungen sind, dass man die wieder, dass man das überarbeitet. Hm, ja gut, wir haben ja ein Beispiel in der Nachbargemeinde in der Stadt, wo man also sich überlegt hat zu sanieren und dann doch für den Abriss inzwischen entschieden hat, ne? Weil manchmal ist Sanierung deutlich teurer als der Neubau. Das ist so, aber das sehe ich im Frankenberger Schwimmbad nicht so, weil da schon ein großer Teil gelaufen ist und ich halte auch das Schwimmen für eine wichtige soziale Aufgabe. Es geht ja neben den Kindern, die in Frankenberg schwimmen, wir natürlich auch die Soldaten, wo von oben schwimmen und als Renger-Säuser... Wo müssen die schwimmen? Die sind doch nicht bei der Marine. Ja, das müssen die alle. Jeder geht auch, aber machen die alle. Und als Renger-Säuser war das schon immer so, dass die Renger-Säuser-Kinder, die waren in der Schule schon immer ziemlich weit vorne bei dem Schulunterricht, weil die alle schwimmen konnten. Das ist halt ein Vorteil, wenn man ein Schwimmbad hat. Und wir brauchen in Frankenberg schon ein Schwimmbad. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, Schulen. Schulen, also heute ging durch den Ticker, dass Hessen einen Investitionsstau, also die Schulträger, einen Investitionsstau in ihren Schulen haben und da zum Teil lange hinterherhängen. Frankenberg hat viele Schulen, aber Gott sei Dank hat der Kreis da das Sagen oder das Bezahlen. Also die Schulen werden vom Kreis betrieben. Das ist so. Aber auch da möchte ich gerne einen engen Kontakt haben zu den Schulen. Die Viren-Gerstenberg-Schule ist so ein gutes Beispiel, wo die dünnen Wände noch aus den 70er-Jahren sind, wo jetzt geplant ist, einen Neubau zu gestalten. Und da wurde ich als Stadtverordnetenvorsteher auch schon mal mit eingebunden. Also deswegen ist es wichtig, dass wir mit dem Kreis wirklich eng zusammenarbeiten bei den Schulen. Alleine auch schon, um die Kinderzahlen, die da kommen, auszutauschen oder auch die nächsten Schritte auszutauschen oder Baugebiete, wo die geplant sind, wo gehen dann die Kinder hin und, und, und. Ja, dasselbe betrifft natürlich dann auch die Kindergärten. Das ist so ein schönes Auf und Ab. Wir hatten mal eine Zeit, da wurden quasi die Kinder beim Lasso eingefangen, um eine Gruppe vollzukriegen. Inzwischen haben wir eine Situation, dass man sagt, wir bräuchten noch einen Anbau, wir bräuchten noch Erzieherinnen, Erzieher, wir bräuchten. Wie sieht das denn in der Stadt Frankenberg aus? Also da ist es auch ein Problem. Also Geismar, weiß ich, ist am Limit. Rottenau ist ein Extrembeispiel. Da ist sogar eine Gruppe in dem Sportraum drin. Und der Sportraum ist mittlerweile im DGH für die Kindergärten. Da gibt es aber schon Pläne zum Anbau. Das muss jetzt umgesetzt werden, dauert natürlich auch seine Zeit. Ich war jetzt beim DRK oben im Familienzentrum drin. Auch da läuft alles nach Plan. Die Zahlen kommen. Wir haben mit der Dame, die das bei der Stadtverwaltung macht, eine gute Dame. Die weiß da schon sehr früh Bescheid. Die holt sich die Zahlen aus den Krankenhäusern. Die weiß, wann die Kinder kommen. Also die Planung dazu steht ganz gut da. Aber ich sehe eher das größere Problem bei der Gewinnung der pädagogischen Betreuung. Weil da wird es immer schwerer, Leute zu kriegen, die wirklich Kindergärtnerin oder Kindergärtner werden wollen. Und da denke ich in Richtung eines Bonussystems, dass die günstiger an oder Vergünstigungen kriegen oder Förderungen kriegen im Bereich Bauen. So, wenn sie in Frankenberg bauen, als Kindergärtnerin oder Kindergärtner. Für die städtischen Kindergärtner. Wir haben ja noch ein paar andere. Nee, das sehe ich für alle, weil wir brauchen für alle Bereiche, brauchen wir Leute. Und ob wir jetzt das Rote Kreuz bezahlen, dass sie den Kindergarten machen und die geben uns an höhere Kosten weiter oder kriegen keine Leutung, können nicht betreiben oder es ist ein städtischer. Das ist für mich der Griff gesprungen. Ich sehe das eher für generell für das Ehrenamt oder gemeinnützige Arbeiten, dass man da so ein Bonussystem kriegt, dass die günstiger am Wohnraum kommen. Jetzt hat Frank Genau eine Waldkindergartengruppe gemacht. Aus der Not heraus, weil eben so viele da sind. Inzwischen ein Burner, hätte ich bald gesagt. Wäre das für Frankenberg, du bist ein bisschen weit bis zum nächsten Wald in Frankenberg, aber so eine Naturkindergartengruppe. Wir haben ja da so einige Ecken oder Frankenberg hat einige Ecken, wo man sagt, naja, wenn man einen Bauwagen und einen Bioklo, so wie Frank Genau, hinstellt und den Kindern Matschhosen anzieht, dann können sie, sagen wir mal Richtung Teichgelände da oben oder irgendwo auch so ein bisschen eine Naturgruppe machen, um die Gebäude zu entlasten mit Gruppen. Also prinzipiell finde ich, die Gute ist ja nicht nur Frank Genau, hat ja auch Bottendorf oder auch Hartzfeld haben diese Gruppen und wir hätten auch Kindergärten, die die Nähe haben. Jetzt denke ich wieder an Geismar oder an den Wieger-Gerstenberg-Kindergarten, die am Randgebiet liegen. Finde ich gut, würde ich jetzt aber nicht vorgreifen. Es geht ja nur darum, dass man Ideen abklopft und sagt, ja, ich könnte mich als zukünftiger Bürgermeister auch mit so einer Idee anfreunden. Und das eventuell, wenn die Anfrage kommt, auch positiv zumindest zu überdenken. Ja, klar. Denn das kostet ja auch, auch sowas kostet immer alles Geld. Und wir sind in Deutschland, das heißt nach dem Motto, wir ziehen da jetzt, der Bauhof zieht da einen Zirkuswagen hin und macht ein Klo. Damit ist es ja nicht getan. Richtig. Da ist der geringste Widerstand an Behörden vermutlich dann die Stadt Frankenberg und dann fängt es an. Das wird so sein. Aber wenn man da, da halte ich es für richtig gut reinvestiertes Geld, wenn wir in Richtung Kindergarten immer sprechen. Ja. Ein großes Thema ist natürlich Wirtschaftsförderung, das sich der Björn Jäger auf die Fahnen geschrieben hat als Bürgermeister. Nun ist Wirtschaftsförderung ja so ein Ding. Wie will man das machen? Subventionen kann die Stadt nicht leisten. Wie will man Firmen, Unternehmen überzeugen? Weil in erster Linie, sage ich mal so, ist es schwierig, Neuansiedlungen zu finden. Es sind Umsiedlungen. Das heißt, man nimmt irgendwo ein anderes Unternehmen weg. Aber das ist nun mal so der Lauf der Dinge. Die Firmen gehen dahin, wo sie die besseren Bedingungen haben. Wirtschafts- könnte man sich vorstellen, dass man zum Beispiel Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsförderung in Frankenberg auch so denkt, dass man sagt, Start-ups sind bei uns so ein kleines, klein, aber fein. Da hätten wir die entsprechenden Ideen. Zum Beispiel gibt es ja auch die Möglichkeit, in vielen Städten gibt es ja schon seit den 70er Jahren so Mietbüros. Dann hat man eine Adresse, hat einen Telefonanschluss und einen Internetanschluss, muss aber kein teures eigenes Gebäude. Und da sind das so Ideen, die Wirtschaftsförderung in Frankenberg gedacht werden. Da hast du den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Wir haben fast eine Stunde über hin, wo wir mit zur Autobahn fahren. Das heißt, wenn wir langfristig denken, müssen wir eher dahin gehen, dass wir digitale Dienstleistungen in Frankenberg ansiedeln. Deswegen ist mein Gedanke wirklich, an die Unis zu gehen, an die Unis, die Richtung Digitalisierung denken und dann zu schauen, dass man Start-ups hier hinkriegt. Und dann mit so Coworking Center, heißt das ja auf Neudeutsch, unterstützt. Aber ich denke auch, dass man unterstützen kann bei Businessplänen. Halte ich für ein Thema, wenn einer eine Idee hat, dann möchte er diesen ganzen Verwaltungsakt im Hintergrund nicht haben. Wir können unterstützen, gegebenenfalls, das muss natürlich das Parlament am Ende entscheiden, durch generelle Gewerbesteuer in den ersten Jahren. Wir können unterstützen bei Aufbau von Netzwerken, was ich als sehr effektiv halte, gerade aus meiner Historie. Ich bin über 25 Jahre in der freien Industrie nur hier im Frankenberger Land gewesen. Und wir können halt auch unterstützen, indem wir sagen, okay, wir gucken auch wegen Örtlichkeiten im Frankenberg oder halt auch in den Stadtteilen, weil da schon fast in allen sehr gut ausgebaut sind mit Glasfaser. Ja, oder da, wo keins ist, zumindest via Kabel, sind heute ein Gigabit überhaupt kein Thema. Also, was haben wir selbst in alten Lothar-Ivo. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Wirtschaftsförderung oft eine Frage der Start-ups und so eine Frage der Finanzierung. Banken tun sich heute extrem schwer, haben sich früher schon nicht ganz leicht getan, um das mal positiv auszudrücken. Wenn jemand mit einer neuen Idee kommt, dann bleiben eigentlich nur die Förderprogramme der IHK, der WI-Bank, der RKW, heißt sie, glaube ich. Auf der anderen Seite gibt es in anderen Ländern so etwas wie Mikrokredite. Ich würde das Beispiel sagen, am Rad-Eder-Weg ist die Logistik nicht vorhanden. Nun möchte Frau X sagen, pass mal auf, ich habe hier einen alten Campingwagen, den können wir umbauen, das machen wir in Eigenleistung. Aber so ein paar Euro bräuchte ich ja und dann würde ich mich also erstmal Freitag bis Sonntag hier zum Beispiel in Ederuferpark stellen mit meinem Foodtruck oder wie immer der Vogel heißt. Könnt ihr mir bei der Vermittlung von 2.000, 3.000, 4.000 Euro helfen? Weil, wie gesagt, das sind so diese Mikrokredite, die in anderen Ländern wunderbar funktionieren, weil das ist kein großer Verlust, falls es in die Hose geht. Und in der Regel können die Leute das auch gut abstottern in 10, 15, 20 oder 100 Euro-Raten. Also in die Richtung denke ich auch, dass wir da vermitteln können. Eingreifen darf meiner Meinung nach eine Stadt nicht, aber vermitteln kann sie. Und ob das jetzt nun so kleine Mikrokredite sind oder auch größere Gelder sind, um Business Angel zu vermitteln, da glaube ich schon, dass wir da gute Karten haben. Alleine auch, weil wir das Netzwerk mit FISMAN haben, die in Berlin dieses Thema ja auch sehr stark sind, beziehungsweise in München da sehr stark sind. Und dieses Know-how sollten wir halt auch nutzen, dass wir da gucken, wie kommen wir über diese Wege in diese Branchen rein, dass wir da so ein Netzwerk aufbauen. Ja, jetzt haben wir schon fast eine Stunde rum, aber gemeinsam nachhaltig vorwärts. Das ist der Slogan von Björn Jäger für die Bürgermeisterwahl. Der müsse, ja gut, er kann selbsterklärend sein, er muss es aber nicht, da könnte man ja noch ein paar Takte dazu sagen. Ja klar, also gemeinsam heißt für mich, alle Frankenberger abholen, transparente Politik inklusive der Ortsteile, Ortsgremien, die auch mehr mit einbinden bei den einzelnen Themen, heißt für mich gemeinsam. Nachhaltig ist für mich ökologisch und ökonomisch, also wir können nicht auf den Kosten der Kinder leben, der nächsten Generation, sowohl in der Natur als auch in dem Finanzenbereich. Das heißt auch nie mehr ausgeben, wie wir machen, wie wir einnehmen und halt auch bei Materialien gucken, wie man es in Privat auch machen würde bei einer Straße, dass die lange hält, dass die gut hält, dass die Qualität ist. Und vorwärts heißt, wir sind im guten Schritt, das hast du ja eben schon mal erzählt, dass Frankenberg sich gut weiterentwickelt hat in den letzten Jahren. Aber wir müssen immer weitermachen, Stillstand ist Rückstand. Jetzt hast du das so wunderschön, Straße angesprochen. Ja. Das ist Hessen weit, Land auf, Land ab natürlich auch ein Dauerbrenner. Das sind die Anliegerkosten für Straßenrenovierung, Erneuerung, Neubau. Nun muss man immer unterscheiden, ist es eine rein innerstädtische Straße, dann ist die Stadt für zuständig. Es ist eine Landstraße und eine Bundestraße, dann fängt das an, wenn dann neue Lichtmasten gesetzt werden oder der Bürgersteig neu gemacht wird oder der Kanal neu gemacht wird, auch dann ist der Bürger dabei. Da kann man die Kosten nicht einfach sagen, da auf die verzichten wir, die sind oftmals nicht sehr gering. Nun sagt das Land Hessen, meine liebe Kommune, meine liebe Stadt, wenn du auf deine Anliegerkosten verzichten willst, darfst du gerne machen, aber du musst es gegenfinanzieren. Und das ist nicht mehr ganz so einfach, ne? Das ist nicht einfach, aber wir haben das ja beschlossen in der Stadt, dass wir Straßeninstandhaltung, dass die gebührenfrei sind, das ist jetzt zwei Jahre her. Das wurde jetzt umgesetzt. Wir haben aber einige Straßen, die müssen wir instand halten. Das ist eine Aufgabe des Bürgermeisters mit der Verwaltung erstmal einen Vorschlag zu machen und dann des Stadtparlamentes diesen Vorschlag umzusetzen, wenn sie den Haushalt genehmigen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Leimenkaute, Ortsgrund Leimenkaute, die ja quasi auch so eine innerstädtische Verbindungsstraße ist, wo Gott und die Welt durchfährt. Wenn man von Friedrichshausen kommt, dann runter zur Stadthalle, also zum Philipp-Soldan-Forum oder weiter zur Burgwald-Kaserne, dass man, da fahren genauso viele Fremde durch wie, oder Anlieger sind es eigentlich die wenigsten. Jetzt müssten theoretisch die Anlieger ja die, nein, bis dahin waren es ja nun, die haben für Fremde die Straßen bezahlt. Genau so ist es. Und das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir schaffen das ab und wir haben halt Steuereinnahmen, die sind ja nicht direkt gebunden und damit muss die Stadt jetzt finanzieren. Wir müssen jetzt halt gucken, die Aufgabe ist nicht leichter geworden. Ja und zum Schluss möchte ich nochmal ganz kurz auf die Sicherheit eingehen. Ja. Damals wurde die Sperrstunde eingeführt, was also viel Wirbel und böses Blut gegeben hat, aber anscheinend doch einige Wirkung gezeigt hat. Kann man so sehen, ja, kann ich so nicht beurteilen, weil ich pflege mich nachts nicht draußen rumzutreiben. Andere Kommunen im Kreis sind zum Beispiel Mitglied oder sind sogenannte Kompass-Kommunen, also die hier ein Sicherheitskonzept haben und dementsprechend dann auch vom Innenministerium gefördert werden. Frankenberg hat sich da noch nicht drum bemüht. Nein, noch nicht, aber das ist so ein Thema, wo ich gerne dran möchte. Das ist, ich möchte die Sperrstunde wieder abschaffen, weil ich da eher sehe, dass darunter unsere Gastronomie gelitten hat. Wenn ich jetzt an die ganz jungen Leute denke, die dann auch nachts feiern wollen, die nutzen auch nicht die Zeit bis drei Uhr, sondern die fahren dann von Anfang an nach Marburg, Korbach, Kassel und bleiben nicht in Frankenberg. Und das hat man, glaube ich, in den letzten Jahren schon gemerkt, wenn ich aber, wenn wir, Eingangssatz war ja schon die Sicherheit in Frankenberg oder das Sicherheitsgefühl der Frankenberger Bürger, das habe ich sehr viel gehört, hat sich verschlechtert. Und da gibt es viele Bereiche, wo große Bedenken sind und da möchte ich schon gegensteuern, mit der Polizei enger zusammenarbeiten, aber auch teilweise auf neue Techniken mit Kamera draufgehen. Ja, aber Kompass zum Beispiel ist ja das, es wird eine Erhebung gemacht, die wird ja vom Land bezahlt, wo zum Beispiel Angstbereiche der Bürger sind in Befragung. Ich weiß, Bad Bildung hat einen relativ hohen Rücklauf gehabt, Willingen hat einen hohen Rücklauf gehabt, Korbach, dass man da schon mal Felder definiert hat, wo man sagt, da müssen wir mal genauer hingucken. Andere Städte haben dann dazu den Freiwilligen-Polizeidienst eingeführt, einfach um Präsenz zu zeigen. Denn man kann ja der Polizei nicht alles überlassen und der Bürgermeister ist zwar der oberste Sheriff einer Stadt, Chef des Ordnungsamtes, aber auch da ist seine Macht begrenzt, was er machen kann und man ist auf Hilfe der Landespolizei angewiesen, beziehungsweise wenn es so etwas gibt wie Kompass-Kommune mit einem Konzept, gibt es natürlich auch die Unterstützung der Polizei oder jetzt Sicherheitsberater für Senioren, wo Frankenberg glaube ich noch vollkommen blank ist an der Stelle als Mittelzentrum, während Frankenau einen Sicherheitsberater für Senioren hat. Das ist eigentlich doch ein Thema, die gefühlte Sicherheit ist nach unten gegangen, schon als erstes die gefühlte Sicherheit zu verbessern, bis man dann dahin geht zu Sicherheiten. Und wir haben ja auch so ein bisschen Vandalismus im Bereich des Bahnhofs und so öfters mal mit zu kämpfen. Was sagt denn der Bürgermeisterkandidat dazu? Also da gibt es wirklich Punkte, die möchte ich angehen. Da nutzt mir natürlich der Kontakt nach Wiesbaden über CDU, aber dieses Thema Kompass ist für mich ein Thema, was ganz oben auf der Agenda mitsteht, dass wir da schauen, dass wir da rangehen, um auch da das Sicherheitsgefühl hinzukriegen. Auch wenn da irgendwelche Statistiken sagen, dass das gar nicht so schlimm wäre. Das ist nämlich so ein Grund, was ich beim Bahnhof schon oft gehört habe, dass die Fälle, die da gemeldet sind, gar nicht so viele sind. Aber dieses Sicherheitsgefühl ist ein sehr, sehr wichtiges. Und deswegen ist es auch... Ja, ich weiß nicht, wenn die Fälle, die da gemeldet werden, gar nicht so viele sind, aber wenn jedes Mal ein Sachschaden von 3.000, 4.000, 5.000 Euro entsteht und ich im Jahr, dann ist ja nur ein städtisches Gelände, dann irgendwo 20.000 Euro in den Haushalt packen muss, um Vandalismus-Schäden zu bekämpfen, den könnte man in eine Kindergarten-Naturgruppe packen. Ja. Entschuldigung, ich sag das nicht. Also deswegen ist zum Beispiel das Konzept, was wir jetzt verfolgen mit der EGF, dass wir die Lampen sukzessive austauschen, dass sie durchgehend dann brennen auf DIMP-Status mit LED-Lampen. Eins, was ich für sehr wichtig halte, damit wir keine dunklen Flächen haben und damit auch Kriminalität mehr Boden geben. Ja, Björn, das war eigentlich, du hast am Anfang gesagt, du bist ein bisschen nervös. Hat sich das gegeben? Das hat sich gegeben, ja. Gut. Dann ist es also jetzt so, dass wir entweder nach dem 8. Oktober mit dem Bürgermeister Wernerjäger noch mal kurz reden. Oder auch nicht, das ist nun mal bei einer Wahl so. So ist das, genau. Wenn man sich selber einschätzt, ist es natürlich immer schwer. Und gerade bei der Urwahl ist es extrem schwierig. Das Einzige, was eine Kandidatin, ein Kandidat machen kann, ist in der Zeit bis zur Wahl natürlich möglichst viele in persönlichen Gesprächen von sich überzeugen, glaube ich. Das ist die wichtige, die richtige Methode. Und im Waldeck sind also schon die ganzen Landespolitiker plakatiert. Und ich muss sagen, ich bin froh, wenn sie wieder abgehangen werden. Die Fotos sind grottenschlecht. Die sind wirklich grottenschlecht. Was man sich dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Der Vorteil natürlich für die Bürgermeisterwahl ist, dass es mit der Landtagswahl zusammenfällt und dementsprechend auch eine hohe Wahlbeteiligung wahrscheinlich ist. Denn sonst, reine Bürgermeister-Urwahlen sind ja oftmals nicht diskutabel, was die Wahlbeteiligung ist. Das ist eigentlich schade, aber es ist leider so. Ja, das war es eigentlich schon. Vielen Dank für die Zeit, für das Gespräch. Und dann, am 8. abends im Rathaus, oben im Alten Saal, werden wir gemeinsam der Ergebnisse harren. Danke, dass ich hier sein durfte. Nein, ich bin ja Gastel Rengers auch. Oder hier vor Kamera sein durfte. Gerne. Alles klar. Gut. Ciao.